Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Crotus Computer mit dem Gaming PC, das Monte Edition 6800 für 1350 Euro. Das wurde vorgeschlagen von Threepwood bei uns auf dem Discord. Wir haben hier einen Kanal, Video Vorschläge, wenn ihr irgendwie was über den PC wissen wollt, könnt ihr gerne eure Links da rein posten, dann schaue ich mal, ob ich ein Video darüber machen kann. Das ist auch immer so eine Zeitfrage halt und da habe ich mir einfach das Video angeschaut und dementsprechend auch das Angebot bei Crotus und das schauen wir uns jetzt gemeinsam nochmal an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist jetzt nichts Besonderes, das ist einfach nur das Gehäuse, dieses Schakun-Gehäuse. Das ist relativ neu auf dem Markt, aber da ist jetzt nichts drin, was Bling-Bling macht, irgendwie was nicht Bling-Bling machen soll. Dieser RGB-Lüfter und so, da stimmt auch hier die Front, dass die so leicht leuchtet. Das liegt daran, dass da schon drei RGB-Lüfter vorinstalliert sind in der Front. Dann kommen wir auch direkt zum Gehäuse. Das ist das Schakun RGB Wave. Das ist jetzt hier bei Geisheits nicht großartig gelistet, weil es, wie gesagt, noch relativ neu ist. Es kostet aber circa 66,85 Euro. Ich habe mir dann auf der Schakun-Seite das Teil mal angeguckt. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Diese Front, das ist mal was anderes. Das hat nicht jedes Case. Die normalen haben einfach nur Mesh oder sind komplett geschlossen, was ich überhaupt nicht mag. Hier ist auf jeden Fall der Airflow gegeben. Wie gesagt, drei Lüfter in der Front, einer hinten. Da habt ihr auf jeden Fall einen guten Durchzug. Ihr habt auch genug Frontanschlüsse und so weiter. Das passt soweit schon. Hier sieht man das auch nochmal ganz schön mit dieser Mesh-Front. Das ist in Ordnung. Und das kostet 66,85 Euro bei csvdirekt.de. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600. Das ist der 5600er Non-X. Der 5600X hat noch ein bisschen mehr Leistung. Das ist jetzt aber nicht sonderlich schlimm. Zum Zocken reicht der Dicke. Hat sechs Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Wie gesagt, wenn ihr zocken wollt, ist es in Ordnung. Wenn ihr streamen wollt, solltet ihr vielleicht einen etwas stärkeren nehmen oder beziehungsweise über die Grafikkarte rendern. Das geht sehr gut mit Nvidia Grafikkarten. Bei AMD Karten geht es auch. Allerdings ist Nvidia da ein bisschen besser geeignet. Hier ist eine AMD Karte drin, müsst ihr dann selber wissen. Wenn ihr nur zocken wollt, ist das okay. Das ist natürlich die 5000er Reihe, nicht die 7000er. Aber das ist in dem Preissegment auch noch ein bisschen unrealistisch. Das ist schon in Ordnung so. Und der kostet 141 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 6816 GB. Wir haben jetzt in dem Fall die Asrock Radeon RX 6800 Phantom Gaming DLC. Die habe ich einfach nur genommen, weil Monty die da auch drin hat in seinem PC. Aber das lassen die sich offen. Es kann auch jeder andere werden. Halt die, die gerade günstig am Markt ist. Die ist jetzt so im Durchschnittsegment. Es gibt noch etwas günstigere Karten, etwas teurere. Das ist aber in Ordnung. Das ist eine gute Karte für Full HD und WQHD Gaming. Wenn euch die FPS-Tests dazu interessieren, Monty hat wie gesagt dazu ein Video gemacht. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach nach. Der hat da unten einen schönen Timestamp drin mit den Benchmarks. Könnt ihr einfach nachschauen. Und die kostet 579 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher G-Skill Ripshaws 5, 32 GB DDR4, 3600 MB CL18 Kit, 2x16 GB. Ganz wichtig, 2x16 GB wegen Dual Channel. Solltet ihr einen PC haben. Ich weiß, ich habe es schon öfters gesagt. Aber solltet ihr einen PC haben mit nur einem Riegel, baut bitte einen zweiten mit dabei. Am besten den gleichen nochmal. Zu dem Kit an sich, 32 GB in der Preisklasse ist super. Gar keine Frage. 3600 MHz ist okay. CL18, ja, es gibt auch noch CL16, aber da ist der Preissprung schon etwas größer. Der CL18er ist schon okay. Mit den Ripshaws habe ich bisher auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Kein negatives Feedback irgendwie aus der Community, wie zum Beispiel beim Aegis. Beim Aegis ist es ganz schlimm. Die Ripshaws sind okay. Und die kosten 95,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime B55+. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kommt eine SSD rein. Hier unten könnt ihr noch eine weitere SSD verbauen. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und dann habt ihr noch vier Erweiterungsslots für Capture-Cards, USB-Erweiterungskards oder was ähnliches. Dann haben wir 7.1 mit Toslink. Zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen. Der 5600er Ryzen hat auch in der X-Variante keine Grafikeinheit. Bei den 7000ern sieht das anders aus. Die 5000er haben keine Grafikeinheit. Zumindest nicht die ohne G. Also wenn da jetzt ein 5600G wäre, dann hätte der eine. Ist für euch aber sowieso irrelevant. Ihr zieht das Bild über die Grafikkarte. Netzwerkanschluss haben wir auch noch mit dabei. USB 3.1 und USB-Typ C haben wir auch. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist mehr oder weniger ein Einsteigerboard in der B550er Serie. Das ist aber völlig in Ordnung. Das kann man in dem Preisbereich locker machen. Und das kostet 131 Euro bei PC King. Die SSD ist eine Fastro MS150 1TB M.2 PCI-Express-SSD. 1TB völlig in Ordnung. Lese- und Schreibrate 2400 MB die Sekunde und 1700 MB die Sekunde. Die ist nicht sonderlich schnell oder ähnliches. Aber fürs Zocken reicht das dicke. Wenn ihr eine schnellere haben wollt, nehmt vielleicht die 200er. Oder beziehungsweise eine Kingston NV2 oder so. Die haben dann so um die 3000 MB die Sekunde. Ist aber wie gesagt fürs Zocken finde ich irrelevant. Wenn ihr jetzt natürlich ein 2500 Euro PC hättet, würde ich da auch was anderes nehmen. Aber hier ist das schon in Ordnung. Und die kostet 59 Euro bei MyFactory. CPU-Kühler, BeQuiet Piroc 2 Silver. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Der Prozessor gibt offiziell an 65 Watt. Ich glaube, der genehmigt sich in der Spitze dann 88 Watt oder so. Reicht aber ganz dicke. Ist ein super Kühler, gerade für den Prozessor. Auch für den 5600X oder für den Intel 12400F. Den kann man nehmen. Die sind auch schön leise und so. Kann ich überhaupt nicht meckern. Und der kostet 33,48 Euro bei MyFactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 11 FM 650 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, 80 Plus Gold Zertifizierung und ist Vollmodular. Gut, das mit dem Vollmodular ist nice, dass es dabei ist. Klar, geht euch meistens eh nichts an. Ich kaufe mir auch nur Netzteile, die Vollmodular sind, damit ich halt die Auswahl habe, welche Kabel drankommen und welche aus dem Gehäuse rausbleiben. Gerade bei diesem Schakun-Gehäuse in dieser günstigen Preisklasse ist es so, da habt ihr nicht so viel Platz in der Rückwand. Da ist es ganz nice, wenn man ein paar Kabel wegsparen kann. Alles in allem, super Netzteil, 650 Watt ist auch ganz ordentlich. Da kann man hinterher sogar noch aufrüsten, sei es der Prozessor oder die Grafikkarte. Ihr könntet zum Beispiel ein 5800X da drauf schmeißen und vielleicht eine 6800XT. Das würde auch noch super funktionieren. Und das kostet 94,71 Euro bei MyFactory. Betriebssystem Windows 10 Test Version vorinstalliert ohne Key. Also ihr bekommt das nach Hause, steckt es an, es funktioniert erstmal. Irgendwann geht euch Windows auf den Sack mit diesem Wasserzeichen da unten, dass es nicht aktiviert ist. Und ihr könnt das Hintergrundbild nicht ändern oder die Designs. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Kauft euch einfach ein Key, ballert den da rein, dann ist es voll aktiviert. Dafür berechne ich jetzt aber nichts. Dubaro zum Beispiel nimmt dafür irgendwie, glaube ich, 35 Euro. Nur fürs Vorinstallieren ohne Key. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Netzteil und das Gehäuse. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1201,98 Euro. Das System soll kosten 1.350 Euro. Dann seid ihr jetzt bummelig bei 150 Euro Aufpreis. Das ist okay, das kann man machen. Ich habe ja längere Zeit gesagt, dass Mindfactory auch 150 Euro fürs Zusammenbauen nimmt. Das ist mittlerweile anders. Die nehmen da 190 Euro knapp für. Also ihr seid noch unter Mindfactory-Preis. Dann habe ich die ganze Geschichte auch mal bei Dubaro nachgestellt, soweit es denn ging. Ich habe ein anderes Gehäuse genommen, das hat jetzt keine RGB-Lufis, aber dafür ganz normale Schwarze. Das ist vom Airflow her genau gleich. Auch den gleichen Prozessor, den gleichen Kühler, ein etwas anderes Mainboard. Kann man auch ungefähr gleichstellen mit dem Asus. Dann haben wir Kingston Fury Beast RAM da drin. Das kann man auch mit den Ripjaws fast gleichsetzen. Die 1TB Kingston NV2, die ist ein bisschen schneller. Dann haben wir hier auch eine 6800er beliebiger Hersteller. Ein 650-Watt-Netzteil ebenfalls. In dem Fall aber von MSI. Tut sich aber nicht viel mit dem Bequiet. Hier habe ich das Betriebssystem weggelassen. Wie gesagt, ihr könnt diese 35 Euro natürlich noch draufrechnen. Da landet ihr bei 1338,90 Euro. Rechnet ihr jetzt diese 35 Euro drauf, seid ihr sogar teurer als Crotus. Und Crotus installiert euch das, wie gesagt, alles vor, auch mit Treibern und so. Das macht Dubaro natürlich in dem Fall auch, wenn ihr diese 35 Euro oder was draufrechnet. Also das Angebot ist wirklich in Ordnung. Dubaro kommt da auch nicht günstiger dran. Zumindest jetzt in dieser Konfiguration, wie ich es hier nachgestellt habe. Eine Sache möchte ich aber noch erwähnen. Und zwar haben wir einen Ryzen 5600 Non-X und die 6800er Non-X-T. Die arbeiten zusammen super. Ihr habt keinen Bottleneck irgendwie bei der Grafikkarte oder einen Bottleneck irgendwie beim Prozessor. Einen ganz leichten 3% kann man ignorieren. Messtoleranz, völlig egal. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, irgendwie in Zukunft eine 6900 XT oder so da reinzuschmeißen, was vom Netzteil her durchaus geht, dann solltet ihr den Prozessor upgraden. Der Prozessor ist, wie gesagt, in der Konstellation jetzt okay, aber dann irgendwann zu schwach, wenn die Grafikkarte noch stärker wird. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit zu erweitern. Ihr habt ein Full-ATX-Board. Ihr habt auch ein gescheites Netzteil. Das ist alles in Ordnung. Ihr könnt eine gute Grafikkarte oder eine bessere reinschmeißen. Müsst aber bedenken, der Prozessor sollte mit aufgerüstet werden. Aber alles in allem ist das wirklich ein gut konfiguriertes System. Das kann man machen. Auch keine Spiele rein drin mit Wasserkühlung oder so, sondern gescheiter Luftkühler, RGB-Lüfter in der Front und im Heck. Ich kenne die Dinger von Shakun ja. Die sind auch in Ordnung soweit. Zumindest die, die ich soweit hier zu Hause hatte. Ich hatte ja das TG7M und so hier. Und das passt soweit schon. Also wenn ihr darüber nachdenkt, euch so um den Dreh so einen PC zu holen, könnt ihr das nehmen. Man hätte natürlich eventuell auch auf Intel gehen können. Ein 12400F. Dann seid ihr aktueller vom Sockel her. Hättet da vielleicht einen aktuelleren Intel-Prozessor noch draufschmeißen können. Aber rein preislich gesehen ist das wirklich eine gute Sache. Zukunftsorientiert ist ein anderes Thema. Klar könnte man hinterher noch ein Ryzen 5900X oder so draufschmeißen. Aber ich wäre vielleicht eher mit Intel gegangen. Ob das in dem Preisbereich mit der Grafikkarte so noch möglich gewesen wäre, ohne bei anderen Komponenten irgendwie zu sparen, weiß ich nicht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Neumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, 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 bis Vielen Dank.